Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Kugelschreiberflecken hier wieder richtig von Kleidungsstücken und den verschiedensten Oberflächen entfernen kann, auch wenn diese Flecken vielleicht schon einige Jahre alt sind. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Solche unschönen Flecken lassen sich am besten mit Alkohol bekämpfen. Hier gibt es verschiedenste Hausmittel, wie zum Beispiel Parfüm oder auch Nagellackentferner. Der Nagellackentferner sollte übrigens dann kein Aceton enthalten, da das die Farbe von dem Kleidungsstück zum Beispiel angreifen kann. Am allereffizientesten ist jedoch ein sogenannter Isopropanolreiniger. Dieser ist einfach 99,9%iger Alkohol und somit am stärksten geeignet. Ich habe hier jetzt einmal zwei Kreuze von einem Kugelschreiber auf meinem Schreibtisch, welcher eine relativ glatte Oberfläche hat. Mit meinen Fingern bekomme ich diese Kreuze auf gar keinen Fall mehr weg. Links probiere ich jetzt mal das Haarspray aus. Ich gebe hierfür einfach etwas drauf. Man kann schon recht gut sehen, es verwischt sich eigentlich von alleine. Und auf der rechten Seite probiere ich jetzt noch das Isopropanol aus, also meinen hochprozentigen Alkohol. Auch hier tropfe ich nur etwas drauf und du kannst sofort sehen, das Kreuz verwischt sich schon von alleine. Jetzt nehme ich mal noch einmal Wattepads zur Hand. Zuerst hier auf der rechten Seite, das Kreuz ist ja schon fast von alleine weggegangen, ist auch schon weg. Und auf der linken Seite mit dem Haarspray auch nochmal ein extra Wattepad. Auch hier lässt sich dieses sofort lösen. Bei Kleidungsstücken gehe ich so vor, dass ich einfach eine Schüssel mal bereitstelle. Dann nehme ich das Kleidungsstück. Hier ist das jetzt bei mir ein Tuch, wo der Kugelschreiberfleck drauf ist. Das gebe ich ganz nach unten und dann nehme ich mal wieder mein Isopropanol und schütte davon jetzt einfach etwas hier rein. Du kannst gut sehen, es löst sich schon wieder von alleine ab. Das lasse ich jetzt mal noch etwas einwirken und danach kann ich es unter Wasser auch schon wieder ausspülen. Ich habe den Alkohol hier jetzt ca. 5 Minuten lang einwirken lassen und ich denke, du kannst von hier oben auch schon sehen, es ist eigentlich fast kein Fleck mehr zu sehen. Er hat sich schon sehr gut aufgelöst. Jetzt kann man trotzdem noch mit einer Zahnbürste drüber gehen, wenn der Fleck schon etwas älter oder vor allem auch etwas größer ist. Bei mir ist das jetzt auf jeden Fall nicht mehr nötig. Dann nehme ich mein Tuch bzw. mein Kleidungsstück raus, mache einmal etwas Wasser an und dann kann ich es noch mit meinen Fingern hier schön ordentlich ausspülen. Wenn das geschehen ist, dann gebe ich mein Tuch bzw. mein Kleidungsstück jetzt noch in die Waschmaschine rein und danach sollte es fast wie neu sein. Und somit haben wir auch schon Kugelschreiberflecken richtig entfernt. Bevor ich es vergesse, bei speziellen Oberflächen wie hier bei mir in der Küche z.B. oder auch bei Autolacken sollte man zuvor den Isobropanolreiniger unbedingt bei einer nicht sichtbaren Stelle testen. Nicht, dass sich der Lack darunter auch noch mitlöst. Wenn du dir jetzt übrigens solche Wattepads hier oder auch einen Isobropanolreiniger für zuhause zulegen möchtest, was einfach das Allzweckreinigungsmittel überhaupt ist, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellungen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eines von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.